Heute möchte ich euch eine Powerstation von der Firma Luby vorstellen. Luby ist eine Firma, die kommt aus den Niederlanden und die produzierten bis jetzt sehr erfolgreich Luftreiniger, Nähmaschinen, also ziemlich viel aus dem Haushaltsbereich und jetzt haben sie sich in den Bereich Camping vorgewagt, haben eine Powerstation produziert, die wie ich finde ganz ordentlich geworden ist. Was die Powerstation kann, wie viel sie kostet und ob sie ihr Geld wert ist, das seht ihr heute in diesem Video. Viel Spaß! Kommen wir jetzt mal kurz zu dem Lieferumfang unserer Powerstation. Neben einer wirklich ausführlich beschriebenen Anleitung für unsere Powerstation in allen gängigen Sprachen, wo wirklich jeder Laie auch eine Antwort findet, wie man die Powerstation bedient, ist dabei auch noch ein DC-Stecker für das Auto, also ein Kfz-Ladestecker mit einer typischen DC-Buchse, die wir hier unten in der Powerstation finden. Dann stecken wir das Ganze einfach in unser Fahrzeug, stecken den Stecker hier unten an und das Teil lädt sich innerhalb von neun Stunden komplett auf. Ist jetzt nicht gerade schnell, aber die Konkurrenz ist jetzt auch nicht schneller. Das bedeutet, ist auf jeden Fall im Rahmen. Was mir hier negativ aufgefallen ist, dieser Stecker, dieser DC-Stecker ist ein 5,5 Millimeter Stecker. Die gängigen Powerstations haben hier jedoch einen 8 Millimeter DC-Stecker. Das bedeutet, man kann nicht sofort die gängigen Solarmodule, die es auf dem Markt gibt, hier einfach Plug & Play anschließen, sondern man benötigt einen kleinen Adapter, den man dazwischen steckt, der bei Amazon oder Ebay oder anderen Plattformen eben nur ein paar Euro kostet. Ist also kein Beinbruch. Ich hätte mir jedoch gewünscht, dass man das entweder einheitlich auf 8 Millimeter setzt oder man so einen Adapter ganz einfach mal beilegt. Außerdem befindet sich im Lieferumfang noch ein Netzteil, das für die normale Haushaltssteckdose zu Hause eben gedacht ist. Wir haben hier ein Netzteil, das am Ende 90 Watt in unsere Powerstation pumpt. Wir haben das Ganze dann in knapp 7 Stunden aufgeladen. Wir haben neben dem Ganzen hier auch nochmal eine Ladestatus-LED, die hier sich oben im Bereich befindet, sodass wir dann auch sehen können, ob das Laden erfolgreich ist. Und die Powerstation rechnet uns immer aus, wie lange wir noch Akkukapazität entnehmen können oder wie lange die Powerstation noch geladen werden muss. Zum Optischen kann man sagen, dass die Powerstation wirklich sehr hochwertig verarbeitet wurde. Nichts ist irgendwie komisch, man hat hier keine scharfen Kanten, man hat keinen Spritzguss, Nasen und so weiter. Also das ist alles wirklich sehr schön. Hier vorne hat man so eine Schutzfolie aufgebracht, dass man das Hochglanz hier nicht verkratzen kann. Hier haben wir zwei weiße LED-Streifen drin, das zeige ich euch später nochmal zur Funktion. Ansonsten, was mich ein bisschen am Design stört, ist, dass man hier wirklich nicht sehr sparsam mit dem Schriftzug Luby Powerstation war. Man hat hier ganz deutlich seine Werbung draufgeklatscht. Das, finde ich, macht dem Design ein bisschen, ja, schade dem Design. Man muss aber auch sagen, dass bei den typischen amerikanischen Modellen hier noch eine zweite Steckdose verfügbar ist. Warum die jetzt bei dem europäischen Markt hier nur eine Steckdose eingebaut haben, weiß ich nicht genau. Vermutlich, weil der Platz hier nicht gereicht hätte. Und bei den europäischen Modellen hat man sich gedacht, macht man hier einfach dann nochmal einen Luby-Schriftzug drauf. Finde ich nicht ganz so schick, hätte man besser lösen können. Ansonsten, ringsherum ist die Powerstation wirklich sehr hochwertig verarbeitet. Man hat hier überall Lüftungsschlitze. Dahinter sitzen auch wirklich ordentliche Lüfter, weil ich kritisiere ja immer gerne die Lüfter, weil die Chinesen hier immer gerne sparen. Hier sind wirklich leise Lüfter verbaut worden, die ultra leise sind. Also man hört sie nicht und man merkt aber, sie haben wirklich Boost. Eine Seite bläst raus und die andere saugt an. Das heißt, man hat über die ganzen Elektronikbauteile einen wirklich schönen Luftzug und das Ganze wird wirklich hervorragend runtergekühlt. Der Bügelgriff hier oben ist wirklich sehr, sehr stabil. Man hat hier auf der Seite auch nochmal so richtig schwere Metall, eine Bolzen. Also nicht einfach nur irgendwie geschraubt. Viele haben ja einfach nur so einen Plastikstift, der da durchgesteckt wurde. Ich frage mich, wie lange das halten soll. Hier in unserem Fall haben wir hier einen wirklich schönen Metallbolzen. Das ist natürlich beidseitig und unser Griff ist hier oben gummiert. Der hat hier eine Struktur. Man kann die ganze Powerstation wirklich hervorragend tragen und das macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Und vor allem der Griff klappert nicht und ist wirklich ordentlich verarbeitet worden. Ich zeige euch jetzt mal die Anschlussmöglichkeiten der Powerstation. Wir haben hier oben eben drei USB-Anschlussdosen. Wir haben die ersten zwei mit 2,4 Ampere Ladeleistung, die auch wirklich unabhängig voneinander arbeiten. Das bedeutet, wenn wir hier zwei Geräte anschließen, dann bekommt jedes Gerät auch wirklich seine 2,4 Ampere. Das ist ja bei den günstigeren Modellen meistens nicht der Fall. Da halbiert sich dann einfach mal die Amperezahl und die Ladeleistung zieht sich dann dementsprechend ziemlich stark hin. Im rechten Teil befindet sich dann eine DC Supercharge oder Quickcharge Buchse mit 18 Watt. Da kann man dann ganz einfach zum Beispiel sein Gerät wie ein Handy oder ein Tablet laden. Das funktioniert auch dann wirklich mit der Quickcharge Funktion. Das kann ich euch dann ganz einfach mal zeigen. Hier im unteren Bereich findet man dann noch eine Thunderbolt Steckdose. Da könnt ihr zum Beispiel euer MacBook ganz einfach anstecken. Die hat dann 60 Watt Ladeleistung. Vielleicht habt ihr auch noch ein anderes Gerät, das die Funktion hier unterstützt. Da könnt ihr dann wirklich richtig durchpowern. Hier im unteren Bereich befindet sich dann eine haushaltsübliche Steckdose. Die befindet sich natürlich auch bei euch zu Hause. Die hat eine echte Sinuswelle. Das bedeutet, ihr könnt auch wirklich empfindliche elektronische Geräte dort anschließen. Die ist wirklich okay. Also ich habe jetzt noch kein Gerät dort angeschlossen, das dann auch nicht funktioniert hätte. Aktuell alles soweit zufriedenstellend. Daneben befindet sich dann ein typischer Zigarettenanzünder. Ich habe euch ja oft jetzt schon einen Kompressor-Kühlbox vorgestellt. Die könnt ihr dann ganz einfach mal dort anschließen. Funktioniert auch einwandfrei. Leistung hat das Teil ja Gott sei Dank genug. Dann befinden sich hier noch typische LED-Streifen. Die schalte ich euch jetzt auch mal ein. Da gibt es dann fünf Modis. Einmal eben gedimmt. Dann ganz hell. Dann haben wir ein SOS-Symbol. Dann nur ein Blitzer. Da könnte ich mir vorstellen, dass wenn ihr eine Autopanne habt, ihr das einfach mal auf die Straße stellt und die Autos dann eben gewarnt werden. Und dann haben wir noch so eine Wave-Funktion, wo das immer von hell auf dunkel geht. Wofür man das braucht, weiß ich nicht. Durch langes Halten der Taste könnt ihr das dann auch einfach wieder ausschalten. Hier unten befindet sich dann noch der DC-Einschaltknopf für die Buchse und ein AC-Einschaltknopf für unsere Steckdose. Wenn ihr das Ganze hier einmal einschaltet, dann steht auch im Display hier unten, dann welche Dose ihr aktuell verwendet. In unserem Fall habe ich ja jetzt die Steckdose eingeschaltet. Hier steht dann AC 50 Hertz, weil wir eine 50 Hertz Sinuswelle haben. Unser Wechselrichter benötigt im Standby, also jetzt aktuell, wo ihr keinen Verbraucher angeschlossen habt, 10 bis 11 Watt. Das ist für einen Wechselrichter, wie ich finde, ganz in Ordnung. Hier im unteren Bereich befindet sich dann die ganz normale Ladebuchse. Die habe ich ja am Anfang schon erwähnt. Dort gibt es dann aber auch noch einen Stecker für. Den habe ich mir jetzt gesondert bestellt. Den könnt ihr dann verwenden, um zum Beispiel ein wirkliches, normales Solarmodul, das ihr zu Hause habt, oder wie ich zum Beispiel an meinem Hänger, über MC4-Stecker ganz normal da anstecken könnt. Und dann lädt euer Solarmodul eure Powerstation auf. Da müsst ihr natürlich darauf achten, dass die Leistung nicht zu hoch wird, weil diese Kabel meistens zu dünnen Querschnitt haben. Da müsst ihr euch am besten entweder mal selber was zusammenbauen oder eben so einen Stecker kaufen und ein Solarmodul verwenden. Das nicht so eine hohe Leistung hat. Ich zeige euch jetzt mal, wie wir hier die Quick Charge Funktion benutzen können. Und dann schließe ich euch mal an den Wechselrichter hier meinen Föhn an, den ich mitgebracht habe. Weil ich hatte jetzt keinen portablen Heizlüfter zu mitnehmen. Deswegen, ich zeige euch das anhand eines Beispiels mit dem Föhn, wie das hier funktioniert. Und mein Föhn hat ja wie gesagt 2000 Watt. Meine Steckdose gibt 700 Watt her. 1000 eben in der Peak. Und das schließen wir jetzt einfach mal hier oben an. Einfach mal unser Handy, Quick Charge Funktion. Hier oben auch wieder ein schöner Einschaltknopf. Wir gehen auf On. Der Knopf leuchtet blau. Und wenn wir unser Handy dann anschließen, dann müsste das hier auch dementsprechend mit Quick Charge symbolisiert werden. Hier Schnellladen ist aktiv. Das bedeutet, er erkennt auch die Funktion Schnellladen wird unterstützt und lädt das Handy eben deutlich schneller auf. Wenn wir jetzt hier das Ganze mal entnehmen und auf 2,4 Ampere gehen, dann seht ihr, er lädt nur ganz normal. Schnellladen-Symbol ist nicht mehr aktiv. Somit funktioniert die Unterstützung mit Schnellladen und normal 2,4 auch wirklich. Jetzt kommen wir mal zu dem Test mit meinem Föden. Wir haben hier einen alten Föden mit 2000 Watt. Wenn ich den jetzt hier ganz einfach anschließe und hier unten die AC-Dose einschalte, dann könnten wir hier mit mehreren Stufen den Föden eben aktivieren. Wir gehen jetzt hier einfach mal auf Stufe 1. Hier die Wattzahl erhöht sich. Wir haben jetzt 137, 138, 140 Watt. Kalte Luft kommt raus. Jetzt schalten wir mal die Heizstufe dazu. Der Föden wird jetzt deutlich warm. Und ihr seht schon, wir haben jetzt hier eine Wattzahl von 576, 586 Watt. Und jetzt kommt der Punkt, wir haben jetzt hier fast 600 Watt. 700 kann das Teil ausgeben. Wenn ich jetzt die zweite Heizstufe hinzufüge, dann wird er ja deutlich wahrscheinlich über die 1000 Watt gehen. Das mache ich jetzt einfach mal und wir gucken, was die Powerstation in dem Fall macht. 754, 839 und der Föden ist aus. Somit schaltet die Powerstation auch wirklich dann aus, wenn es merkt, es kommt an seine Grenzen. Wir sind jetzt deutlich über die 700 Watt gegangen. Wir waren jetzt bei 839 Watt. und wir haben hier einen Fehlercode und er schreibt uns AC Overload. Das bedeutet, wir haben jetzt hier eine Überlast und das hat die Powerstation erkannt, schaltet uns wirklich aus und schaltet auch nicht mehr ein. Wir müssen jetzt hier den Wechselrichter abschalten. Und wenn wir ihn dann wieder einschalten, dann funktioniert unser Föhn auch ganz normal wieder weiter. Ich finde, wir hatten nämlich immer das Problem bei unserem Camping, dass wir, wenn wir unsere Haare nass hatten und es war dann kalt, wir uns so sehr einen Föhn gewünscht hätten und wir hatten keinen Wechselrichter und ich hatte auch immer den Sinn, ich hätte keinen Wechselrichter gebraucht. Deswegen bin ich froh, wir haben eine Powerstation, der hat schon einen Wechselrichter drin. Wir können auf 1er Stufe, also 1 Geschwindigkeit und 1 Heizstufe, das ist auch wirklich warm genug, unsere Haare damit auf jeden Fall trocknen. Die Powerstation schafft das auch ohne Probleme und wir gucken uns jetzt nochmal an, wie das hier mit der Zeit aussieht, wenn ich den Föhn einschalte. Was sagt er uns dann? Genau, also wir haben jetzt noch 24% bei 585 Watt, sagen wir mal 585 Watt, dann sagt er, wir können das Ganze jetzt noch 14 Minuten betreiben und wir müssen natürlich auch in Betracht ziehen, dass wir hier nur noch 24% aktiv zur Verfügung stehend haben. Kommen wir zu meinem Fazit, mich hat die Powerstation wirklich sehr überzeugt, mir haben zwei Dinge nicht gefallen. Kommen wir aber erstmal zu den Sachen, die mir gefallen haben. Zum einen, das Gewicht ist 5,5 Kilo, man kann die Powerstation wirklich ganz einfach hier durch die Gegend transportieren. Der Preis liegt bei 560 Euro, man muss aber darauf achten, im Angebot kriegt man die jetzt schon zwischen 500 und 530 Euro. Vor allem Black Friday steht auch vor der Tür. Ihr müsst mal gucken, vielleicht kriegt ihr das Teil deutlich günstiger. Zumindest jetzt beim ersten Angebot habe ich gesehen, haben sie deutlich einen größeren Rabatt draufgeschmissen. Somit ist das auch nicht überteuert, zumal die Powerstation hier ja auch mit einem Wechselrichter mit 700 Watt Ausgangsleistung daherkommt, was bei der Konkurrenz ja meistens nur bei 500 Watt liegt. Die Verarbeitungsqualität war wie gesagt sehr hochwertig. Die Lüfter, womit sie geworben haben, dass die ultra silent sein sollen, stimmt tatsächlich diesmal wirklich. Wir haben hier sehr leise Lüfter. Die Lüfter gehen auch nur dann an, wenn die Temperatur im Inneren überschritten wird. Der Wechselrichter schon länger arbeiten musste, dann merkt man hier auch die deutliche Abwärme und wie hier die Luft angesaugt wird. Also hat mich sehr überzeugt. Die Qualität ist wie gesagt her gut. Man hat hier vorne eine Folie drauf, damit das Ganze nicht verkratzt. Die LED-Helligkeit ist hell und was mir jetzt nicht so gut gefallen hat, war die übertriebene Werbung, die man hier vorne noch drauf klatscht, statt einer zweiten Steckdose, wie eben bei den Amerikanern zum Beispiel. Die haben hier eine weitere Steckdose drin. Hat jetzt für den europäischen Markt wohl nicht mehr so funktioniert. Deswegen ist jetzt hier eine Steckdose und eben nochmal ein Werbungsschriftzug. Gefällt mir nicht ganz so gut. Und die zweite Sache, die mir nicht gefallen hat, ist eben, dass man hier auf einen 5,5 mm DC-Anschluss gegangen ist, statt eben diesem üblichen 8 mm Anschluss, den man eben bei Jackery All Powers Goal Zero. All diese Teile, wie sie auch immer heißen, findet man eben 8 mm. Die typisch gängigen Solarmodule, die man dafür kaufen kann, muss man eben jetzt adaptieren. Der Adapter kostet nur 5 Euro, ist jetzt kein Beinbruch. Dennoch hätte ich mir gewünscht, dass man das hier vielleicht mal einheitlich macht. Denn Steckervielfalt gibt es vor allem in Deutschland genug. Ich bin sehr froh, dass ich die zugeschickt bekommen habe. Ich möchte mich nochmal bei Luby bedanken. Vielen, vielen Dank, dass das alles hier funktioniert hat, dass ihr mir das zugesendet habt. Und vor allem kann ich ehrlich und guten Gewissens sagen, diese Powerstation hat einen ganz großen Daumen nach oben verdient. Bis auf diese zwei Kleinigkeiten, finde ich, hat diese Powerstation alles, was man braucht. Man hat einen 700 Watt Wechselrichter, man hat genug USB-Lademöglichkeiten und vor allem, man hat für zum Beispiel seine Kompressor-Kühlbox eine Anschlussmöglichkeit und das ist doch die Hauptsache. Ich bedanke mich, wenn ihr noch mehr über die Powerstation wissen wollt, dann schaut gerne mal unten in die Videobeschreibung. Ansonsten, wenn es euch interessiert, was in der Powerstation drin ist, dann schreibt mir das doch auch gerne mal in die Kommentare, denn wir haben hier die Möglichkeiten, auch mit vier Schrauben in das Innere der Powerstation reinzugucken. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, falls das euch interessiert. Und ich habe ein Adapterkabel bestellt, damit wir unser Solarpanel auch an diese Powerstation anschließen können. Und das werden wir uns auch nochmal extra angucken. Wenn es euch interessiert, lasst gerne auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, schreibt es mir in die Kommentare und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert auch gerne den Kanal. Ich bedanke mich, dass ihr wieder reingeschaut habt. Vielen, vielen Dank für eure Treue und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.